moin liebe freunde und herzlich willkommen zu einer neuen folge dippi daylight heute bin ich mal der killer jb ist der überlebende und die restlichen sind ja bots sieht man ja und wegen unterstrich und strich unterstrich heute spiel ich die säure die spuckfrau spuckfrau habe ich gesagt spuckfrau nicht spuckfrau wenn es euch gefällt das like ein abo da ist ein video beschreibung da steht links wie trainer drückt an das denn alle informationen die ihr braucht ist kohls youtube twitch was auch immer noch er ist kohle telegramm whatsapp snapchat in my partner und so weiter und so fort und auch freunde wenn es mir fällt ein abo da kommentiert und dann muss ich noch sagen viel spaß mit dieser folge das baby verliert ja warum spielen wir das jetzt möchte zeigen kann er möchte wie gut ich mir glauben der kann mit solch das gleiche was gleiche das war jetzt was anderes was ich ausgewählt habe darf ich meine morgen machen 24 gott deshalb gehe ich auch gleich nach der aufnahme also nach des rund nach der runde ins bett und dann wird die hand runter gefunden und noch mal rumpel rumpel und sie mitmachen ja auch nicht mehr passt sich die map ist noch nicht meine freunde freundlichkeit ich habe mich noch nicht überzeugt ich bin ja mich selbst erstellt oder was machen wir denn die mal in der tüche impuls irgendwie ich habe sie getroffen habe ich die auch getroffen doch doch aber warum hab dich im blind getroffen ist mir kurz eine runde alle drei müssen kotzen da kommt die schlawiner da macht nichts brauchst nichts machen warte warum weil ich habe die option toll kriegt mir das jetzt ja nichts ich hoch ein ich weiß nicht ich weiß gar nicht Wo liegt der hübsche Mann? Na komm, du kommst am Haken, mein süßes Baby. Bist du dumm? Wer? Kommt die Flaschen, für dir? Hey, schickt euch. Wack! 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 Na komm, sagen Sie es mir mal, wo Sie sind. Baby! Wo sind Sie? Ja, wenn du wüsstest. Das ist der Herzschlag, gib meinen Tipps. Nö. Nix da. Nee. Nö. 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 ARD Text im Auftrag von Funk ein vielen dank wenn man greift er Bitteschön, Baby. Bist du sauer auf mich? Baby? Sind sie sauer? Nee. Aber? Gibt's nicht, gell? Oh, oh, die Flasche wurde geholt. Geck! Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Ria! Ria! Mach den einen zu! Achso! Das ist die Queen! Ui, die Queen! Guck, siehst du das? Was denn? Guck mal! Das mach ich, wenn sie anhaken kommen! Toll! Lecker, gell? Ah! Macht's Spaß? Was? Na zu zu gucken? Nee! Wollen wir ficken? Wollen wir ficken? Oh, die ficken! Moff. Was you there was? Oh, josh! Oh my, ich denke! Mach den Cocktail! Mach den vielleicht! Mach den nicht! Puck der? Was ist das? 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 Oh oh nein, 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 nein. Was ist das? 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 Bis dahin. Bis dahin. Bye. Und ade. Tschüss. 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 bis dann wir sehen uns morgen mit aufnahme natürlich dass ich hier wieder welche vor produzieren kann ist dann